Nein? Okay, das geht nicht. Juhu! Wenn man einfach in die Luft jagt, so was ein guter Superheld macht, der jagt einfach diese Wissenschaftsstation komplett in die Luft. Das ist eine sehr gute Idee. So, bitteschön. Da haben wir nicht da reit. Yes! Okay, die Wetterungsstation haben wir somit auch abgehandelt, Leute. Viel bleibt uns nicht mehr. Mensch. Zwei noch. Zwei Stück. Ja, schaffen wir eins noch. Könnte er. Zwei von neun. Sieben. Badomia auch irgendwo. Irgendwas. Hm. Oh. Palindromeda? Palindromeda? Wirklich? Halloa. Das Hirn. Was willst du denn? Brauche aber was... Hirnloses, dass ich bewohnen kann. Ein Zombie. Ich habe mir immer so gewohnt, ein Zombie eigentlich. Ich weiß nicht warum. Dann fällt mir immer so gewohnt, ein Zombie. Okay. Ich bin jetzt ein Zombie. Warum bin ich jetzt ein Zombie? die Untoter? Ich bin jetzt tot. Ich möchte nicht tot sein. Ach, egal. So komme ich nicht schnell voran. Oh, ich bin auch so langsam. Oh Gott. Ich möchte nicht untot sein. Nicht untot. Ich möchte nicht untot sein. Dankeschön. Oh, ein Schwein. Gib mir etwas zum Bauernhof. Ja, toll. Hoi. Hier. Bitteschön. Okay. Gibt es noch Schönes? Hier ist das Erring. Ein Baby. Ich bin eine Superbauer. Stark. Damit. Wirklich? Ah ja. Das ist mein Junge. Das ist mein Sohn. Superman. So, da oben ist ein Roboter. Dein Roboter. Nein, wir haben Schiff. Was haben wir denn? Was willst du denn? Ich will menschlich aussehen. Menschen. Gott. Okay. Was ist denn da mit? Okay, nee. Nein, eine Mütze. Da. Aber. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nein, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, warum der jetzt ein König war, dem ich in eine Mütze gegeben habe, aber ist okay. Das ist okay. Muss man nicht verstehen. Ludwig. Hilf mir, eine nicht sprachbasierte Kommunikation und Möglichkeit für die Marsianer zu finden. Flöte? Klar, ich nicht. Hier. Bruderliebe. Was ist das, du merkst, du Bruder Ludwig spielen? Ach, toll. Okay, der hat Hungere, glaube ich. Ein Essen von der Erde. Nein. Burger. Nein, kein Burger. Kein Burger. Scheiße. Entschuldigung. Ah ja. So, jetzt sind wir noch der da oben. Wenn sie dann die zwei anderen legen, dann haben wir es eigentlich schon wieder. Mensch. Das nächste, fertig. Flap, 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 flap. So, was ist mit dir? Gib mir halt, womit ich die Erde sehen kann. Fernglas. Ich hoffe, dass ich dieses Fernglas schon gesehen braucht habe. Ja, vielleicht hier. Wie immer. Ich kann nicht alle von meinem Haus aus nehmen, okay. Alles klar. Flip, flopp, flopp, plopp. No Entry. So, dann müssen wir nur die anderen Beden-Sachen. Ei, ei, oh. Okay. Ei, was ist denn hier los? Komm, bin ich hier, werde ich zum Dings, ey. Hilft dem gefangenen Astronaut vom Gelände des Außerirdischen zu entfliegen. Mach ich. Das ist gar kein Problem, liebe Leute. Das krieg ich hin. Ein Astro-Langrohr gefangen genommen. Bring ihn raus aus dem Stasis-Feld. Hm. Ah. Okay, das funktioniert nicht. Äh. Nein. Äh. Ein Magnet. Bitte. Äh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade eine Super-Waffe erschaffen habe, aber oh gut, das ist kein Problem. Hm. Nein, ich verstehe. Gewalt hilft nicht. Das ist okay. Ich glaube, ich habe ihn mit dem Magneten noch viel, viel stärker gemacht. Wie löse ich denn ein Stasis-Feld auf? Bitte schön. Klär mir das nochmal bitte, Aida. Jetzt würden diese Generatoren das Stasis-Feld... Ach so. Mann. Kann hier keiner mit rechnen. Na dann. Feuer frei. Aua. Der Magnet. Tötet den Lasertunen. Ja. Kein Problem. Dafür habe ich eine Kanone. Dafür ist die Kanone da. Angriff. Okay, die gehen nicht kaputt. Mann, für nichts ist diese Kanone zu gebrauchen. Hier. Stabt. Äh. Unsichtbar. Okay, das ist nicht kaputt. Ulkig und tot. Hm. Oh, okay. Das tut weh. Kann gebrochen und umgelenkt werden. Diamant. Vielleicht. Was? Spiegel. Spiegel. Hier. Okay. Nee, du, ich krieg' ne Rücksprache. Hier. Mann, ich krieg' ne... Hier, ein Handspiegel. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Tatsache. Mit dem Spiegel. Alles klar. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht mit dem Spiegel? Warum nicht einmal mit dem Spiegel auf diese Laserstrahlen werfen? Das ist überhaupt gar kein Problem. Das verstehe ich schon. Warum? Warum? Warum ist mir ein Gutverbruchung... Äh. Ja, du? Ne Katze. Katze. Oh, oh. Hundefänger. Nee. Hm. Hundefänger. Ja. Hau bloß ab. Hau bloß ab da. Mach ich sch... Ich folg' dich. Überall hin. Halt, wir müssen zum Schiff. Schnell. Schnell zum Schiff. Hup. Oh, oh. Das Schiff ist kaputt. Das ist nicht gut. Wir brauchen einen Mechaniker. Einen Weltruhrmechaniker. So, wat. Hm. Ah, ein Weltruhrmechaniker. Äh, lassen wir hier. Oh, 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 oh. Was ist für wir? Ach, dann lass ich doch nicht zurück. Das ist aber nicht nett. Naja. Okay. Aber wir haben uns dauernd. Das ist wichtig. Nee, wir sind nur noch gar nicht. Wir sind nur noch gar nicht. Oh, dieser Scheiß. Scheiß. Eh, 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 eh. TV. Weg. Warum hat der jetzt diese blöde Eigenschaft? Scheiß. Nee. Gut. Ist doch doof. Aua. Was ist denn los? Boah, das Schwein ist dieser... Ich will nicht untot sein. Weg. Muss ich mal die anderen suchen. Was war denn das andere? Ach, der hier unten. Das ist ja kein Problem. Machen wir doch. Hilf dem Roboteringenieur beim Verteidigen gegen die überfallenden Monster. Doch, auch. Okay. Das machen wir doch glatt. Hilf dem Roboteringenieur, die Stadt zu verteidigen. Gib ihm zuerst etwas Starkes, aber Flexibles. Starkes, Flexibles. Peitsche. Hm. Ah ja. Bööö. Böö. Okay. Der erste haben wir. Das ist nun agiler in den... Äh. Fleisch. Ernstlich. Ja. Irgendwo nicht. Roboter hat das Ding gegeben. Nur das Ding. Hier. Aua. Scheiße, das war keine gute Idee. Aua, ich bin tot. Verdammt. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ist ja okay. Feiter. Mist. Das hat echt nicht gut funktioniert. Das war keine gute Idee. Hm. Ein kaputt. Blöder. Blöder da. Nee, kann ich nur Objekte erschaffen. Ein Bein. Noch ein Körperteil. Hier. Okay, es hat vorhin echt funktioniert. Ich bin begeistert. Oh Gott. Wie du aussiehst. Sieht nicht gesund aus. Fliegen Affen. Das ist echt merkwürdiges Spiel. Was? Mach es nur noch stärker, indem wir ein prähistorisches Wesen hinzufügen. wie ein Dino. Wie ein Dino. Alles klar. Der Kommissar. Oh oh. Oh oh. Alter. Da. Jawoll. Kampf der Titan. Das Fliegen könnte es wäre unaufhaltsam. Hier, bitte schön. Ein paar Flügel. Das ist viel rangeklatscht. Jetzt ist es ein riesen, riesiger Roboter. Klasse. Ich bin begeistert. Mein Rieken bin ich aber genau. Ordere Verteidigungslinie. 82. Level vollständig. Klasse. Liebe Leute. Ich bin zudem begeistert. Ein Level haben wir noch. Ein Level haben wir noch. Aber, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Das letzte Level. Und dann fangen wir an, auf 100% zu gehen. Also, liebe Leute, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Scribblenauts Unlimited. Ich war der Käpt'n, melden mich ab. Ciao.